Das ist jetzt die Edelstahl-Variante und da drüben hängt jetzt zum Beispiel die Anthrazit-Variante. Das ist im Endeffekt das gleiche Material, darunter ist auch Edelstahl, dieser ist nur in Anthrazitfarben. Das ist aktuell die Modefarbe jetzt für Garagentore, Fenster und so weiter und einfach dazu passend gibt es den Roll7016, das ist die gängigste Farbe.